Und die nächste Geschichte, die wir hören, die hat sich Ruth Dickhofen gewünscht, Literaturredakteurin hier bei WDR 5. Und sie hat sich den Roman Zwei im Sinn ausgesucht. Das ist ein Debütroman, geschrieben hat ihn die in Köln lebende Autorin Bettina Steinbauer 2008. Und sie erzählt darin eine Begegnung von Klara und Arthur. Klara arbeitet als Mädchen für alles in einem physikalischen Institut, lebt getrennt und hat drei Kinder. Er ist Physikprofessor, hat vier Kinder von zwei Frauen. Und Bettina Steinbauer hat ihn selbst mal in einem Interview als Berserker, als Spieler und als Provokateur bezeichnet. Also diese Klara und dieser Arthur lernen sich jetzt kennen auf einem Kongress und sind voneinander fasziniert. Sie gehen am Abend gemeinsam essen und alles andere erzählt ihnen Inga Busch. Die Klotür klemmt. Mit Gewalt ziehe ich sie hinter mir zu, schließe ab, klappe den Klodeckel herunter und setze mich. Die Ellbogen auf den Knien, den Kopf auf den Händen. Vor meinen Augen kleine graue quadratische Bodenfliesen. Links in der Ecke die Klobürste. Ich will ihn. Ich erschrecke. Erschrecke über den Gedanken, der wie ein Satz in großen Lettern vor mir steht. Ich will ihn. Erschrecke noch einmal. So etwas habe ich noch nie gedacht. Gefühlt schon, aber nicht gedacht. Nicht in dieser Klarheit. Neben mir höre ich einen Reißverschluss und dann das Rauschen der Klospülung. Er liebt seine Frau. Bei der Bouillabaisse hat er gesagt, dass er sich ein Zimmer im Hilton am Gendarmenmarkt reserviert habe. Eine Nacht mit diesem fremden Mann, der da oben jetzt auf mich wartet. Er wird bei sich bleiben. Ein Plan, ein Vorsatz. Neu. Jetzt nur nicht verkrampfen. Das Vorhaben entlarvt das Weib in der Frau. Verwunderung. Kurzzeitige Belustigung. Der Klodeckel unter mir knarrt. Wahrscheinlich befindet er sich seit Jahren zum ersten Mal in der Waagerechten. Köstlich. Eisenberg strahlt. Probieren Sie mal. Er hält mir seinen Löffel vor den Mund. Eine beinahe übermütige Geste. Tom Waits mischt sich unter die Stimmen der übrig gebliebenen Gäste. Ich bin glücklich. Ich rühre in meinem Kaffee. Eisenberg beobachtet mich von der Seite. Was ist denn mit Ihnen passiert? Sie leuchten ja über das ganze Gesicht. Sind Sie da unten der Sonne begegnet? Irritiert? Nein, überhaupt nicht. Vielleicht sollten Sie öfters mal aufs Klo gehen. Das scheint bei Ihnen ja eine sagenhafte Wirkung zu hinterlassen. Er zieht sein Jackett aus und hängt es unter der Theke an den Haken. Beiläufig nimmt mein Knie seine alte Position wieder ein. Mein Knie an seinem Bein. Sein Gesicht verrät nichts. Als wäre mein Knie gar nicht vorhanden. Ich sehe sein Gesicht. Angst? Nein. Vorsicht? Ja, vielleicht. Gibt es eigentlich irgendetwas, das Sie irritieren oder gar aus der Fassung bringen könnte? Sie sind neugierig? Nein, nicht neugierig, nur interessiert. Grundsätzlich interessiert oder interessiert an mir? Warum habe ich jetzt nicht die richtigen Worte zur Hand? Aber die benötigen Zeit und die habe ich nicht. Ich schabe mit dem Bierdeckel über die Theke. Jetzt sind Sie es, der neugierig ist. Sie stellen merkwürdige Fragen. Ich bin keiner von denen, die die Fassung verlieren. Ich weiß, dass Frauen gerne etwas anderes hören. Aber leider kann ich damit nicht dienen. Tut mir leid. Fast sagte es so, als täte es ihm wirklich leid, eine solche Erfahrung noch nicht gemacht zu haben. Und wie ist es mit der Irritation? Frage ich vorsichtig weiter. Irritiert bin ich wie jeder andere auch, wenn Situationen anders verlaufen, als mir es mein Instinkt voraussagt. Eine einfache, sachliche Feststellung, die er zurückhaltend ausspricht. Wieder bilden Inhalt und Ausdruck keine Einheit. Ich möchte weiterfragen. Er spürt mein Bedürfnis, aber er will nicht weiter. Denn plötzlich richtet er sich auf, legt seinen Zeigefinger auf meine Lippen und bedeutet mir, jetzt aufzuhören. Eine zaghafte Mischung aus Bitte und Befehl. Ein wenig unschlüssig steht er da. Seine linke Hand rutscht in die Hosentasche. Die andere sucht unauffällig nach einer Beschäftigung. Seine Zeigefinger finden vereinzelt Zuckerkörner neben der Espressotasse. Er tippt sie auf und lässt sie zwischen den Fingern wieder auf die Theke rieseln. Eine verlegene Geste. Ein kleiner, reiner Moment, der meine Vorsicht überspringen lässt. Ich rutsche vom Barhocker und plötzlich fühle ich seinen breiten Rücken. Erst jetzt merke ich, dass diese Umarmung nur einem nackten Impuls gefolgt ist. Eisenberg wehrt sich nicht. Er rührt sich nicht. Regungslos steht er einfach nur da. Mache ich mich gerade lächerlich? Irgendwann tasten meine Hände weiter. Noch immer suchen sie Erwiderungen und dann, nach langen Sekunden des Wartens, spüre ich seine Hände. Zögernd legen sie sich auf meinen Rücken. Endlich kann ich die Augen schließen. Langsam ausatmen. Beginne ich dieser scheuen Berührung gerade zu vertrauen? Meine Hände streicheln vorsichtig weiter. Eine falsche Bewegung könnte jetzt alles kaputt machen. Irgendwann halten sie inne. Ich folge seinem lautlosen, unsicheren Suchen. Die Espressomaschine zischt, durchdringt. Plötzlich drückt er mich bestimmter an sich. Er hat den Übergang gefunden. Seine Hände bahnen sich den Weg aufwärts. Umschließen meinen Hals. Unsere Münder finden sich. Ich öffne die Augen und falle direkt in den Himmel. Klares Blau strahlt mir entgegen, umrand von kleinen Lachfalten. Wie jetzt zu Worten zurückfinden? Unsere Hände und Lippen haben etwas übersprungen. Ich habe nicht die Ruhe, ihm den nächsten Schritt zu überlassen. Doch Eisenberg kommt mir zuvor und rettet mich vor einem zu schnell gesprochenen Satz. Er lässt mich los und streckt mir die Hand entgegen. Ein wenig spät vielleicht, lächelt er. Aber ich heiße Arthur. Clara. Ich trinke einen kleinen Schluck Wein und noch einen. Drehe das Glas zwischen meinen Fingern. Du darfst Clara noch einmal küssen, sage ich leise. In seiner Umarmung fühle ich mich sicherer. Er verschränkt meine Arme hinter meinem Rücken. Ich spüre seinen festen Griff, genieße meine Bewegungsunfähigkeit. Er küsst mich, kurz und intensiv. Dann lässt er plötzlich los, winkt Achim zu sich und fordert die Rechnung. Ich lasse ihn zahlen, will jetzt nicht über Geld streiten. Er nimmt sein Jackett vom Haken. Darf ich bitten? Er darf. Er legt seinen Arm um meine Schultern. Gemeinsam verlassen wir das Lokal. Die Masse Mann erschreckt ein wenig. Ein Berg steht vor mir. Fast erbarmungslos konfrontiert er mich mit seiner Nacktheit. Spiel mir das Lied vom Tod, denke ich, und atme rückwärts. Denn gegen eine kleine Katastrophe, die mein schönes Leben durcheinanderwirbeln würde, hätte ich nichts einzuwenden. Im Gegenteil, manchmal sehne ich mich nach einer riesigen Woge, einer fremden Macht, die mich an die Wand drückt. Ich lege meine Hände auf seine Brust, die mir gewaltig erscheint und im Gegensatz zu seinem Bauch unpassend muskulös wirkt. Eisenberg steht vor mir. Noch kann ich seinen Vornamen nicht denken. Er steht nur da, ohne mich zu berühren. Er ist mein Gast, bleibt in meinen Wänden vorsichtig. Ich ziehe ihn ins Bett. Die Decke ist kalt und abweisend, wartet auf die Wärme unserer Körper. Ich drücke mich an seinen ausgestreckten Leib. Er spürt mein Frösteln und nimmt mich in die Arme. Meine Hände suchen seine Brust, sein Bauch, seine Schultern, überprüfen das, was sie vor wenigen Minuten nur gesehen haben. Er beginnt mich zu streicheln, meinen Körper zu erkunden. Seine anfängliche Vorsicht hat sich verflüchtigt. Ich lasse mich fallen in die Wellen, die seinen Körper rhythmisch durchziehen. Seine Hände vergraben sich in mir. Er ist zaghaft, um sicher zu sein, dass ich nach mehr verlange, dann immer fordernder. Ich überspringe das übliche Ritual des Balztanzes, ohne Furcht vor meiner eigenen Dringlichkeit. Meine Haare liegen auf seiner Brust, breiten sich über seinem Bauch aus. Ich küsse mich nach oben, zu seinem Hals. Er hält die Augen geschlossen, bleibt bei sich, gibt sich hin, aber nicht her. Wir rollen und wälzen uns durch die Minuten und Stunden. Ich auf ihm, neben ihm, unter ihm. Atemlos, immer neue Kraft suchend. Wohlige, wunderbare Ermattung. Die Fenster sind weit geöffnet. Kühle Luft legt sich auf unsere schwindeligen, feuchten Körper. Wir liegen nebeneinander. Ich höre seinen Atem. Höre, wie er langsam in den Schlaf gleitet. Danke.